Im skisportlichen Bereich, wenn es um Geschwindigkeit geht, ist die Wahl des richtigen Holsters wie auch der richtigen Position des Holsters eine durchaus sehr wichtige und kritische Angelegenheit. Ich sehe das sehr sehr häufig bei diversen Bewerben. Ich meine, jeder kann es am Ende des Tages so machen, wie er es für richtig hält. Aber ich sehe es sehr sehr häufig, dass manche Schützen aus meiner persönlichen Sicht für die Ausübung bestimmter Disziplinen eher suboptimale Holsterkonfigurationen verwenden. So sehe ich zum Beispiel, wie gesagt, es ist sehr häufig dieses Thema Taktikul, hauptsache ich sehe immer geil aus, hauptsache ich habe irgendetwas, was taktisch, militärisch, behördlich aussieht, anstatt etwas, das tatsächlich funktional ist. Aus meinem beruflichen Bereich weiß ich, dass mittlerweile sehr sehr häufig viele Sachen so betrachtet und eingeführt werden nach dem Motto, Design geht vor Funktion. Und das trifft hier auf den Bereich des Holsters genauso zu. Möchte ich in der Lage sein, eine Waffe schnell zu ziehen und ins Ziel zu bringen, muss die Waffe sich auch in der entsprechenden Position am Körper befinden, um die Waffe richtig zu ziehen und um überhaupt in der Lage zu sein, die Waffe auf Anhieb in den richtigen Teil der Hand reinzukriegen, um damit den stabilen und gleichbleibenden Griff zu erzielen. Ich möchte euch das hier versuchen, an verschiedenen Optionen der Holster ein bisschen darzustellen. Und ihr werdet vielleicht auch daran erkennen, was ich damit tatsächlich meine. Die Glock 17 ist ziemlich prädestiniert dafür, weil die eben bei mir richtig beschissen in der Hand liegt, sage ich mal. Und deshalb kann ich es mit der hier eigentlich relativ gut darstellen. So, ich habe lediglich aus ästhetischen Gründen ein leeres Magazin eingeführt und sie ist auch leer. So, wir verwenden jetzt hier zum Beispiel mein kleines Phobusholzer, das ich ja eigentlich für die PK 380 habe, weil die hier genau reinpasst. Aber dieses hier nehme ich jetzt mal stellvertretend für diese Holster-Variante Blackhawk Serpa CQC. Ihr kennt es alle. Viele benutzen sie. Ich hasse das Ding mittlerweile und ich habe meins auch verkauft. Also, wo liegt das Problem, wenn es um Geschwindigkeit geht? Wenn es um Geschwindigkeit geht, möchte ich eigentlich eine möglichst geradlinige Bewegung nach oben erzielen. Wenn ich jetzt die Waffe, wie jetzt hier, mit dem Griff oberhalb meines Beckenknochens, dann ist die Problematik, dass ich meinen Ellbogen nach außen verkanten muss. Ich habe gar keine Möglichkeit, eine ergonomische Position meines Ellbogens einzunehmen, um eine nach vorne Bewegung hinzukriegen. Das heißt, ich habe meinen Ellbogen hier außen und ich muss im Grunde genommen die Waffe von außen reinführen. Das kostet gegebenenfalls richtig viel Zeit. Die Waffe sitzt hier für den sportlichen Bedarf und ich spreche nur über das Thema Sportschießen. Nicht defensives Schießen, nicht ich führe die Waffe zu SV-Zwecken oder wie auch immer. Ich spreche hier nur über das Thema sportliches Schießen. Wie gesagt, das Ganze sieht dann letzten Endes so aus. Ich habe meinen Ellbogen sehr weit verkantet. Das bedeutet, dass meine Hand, und das seht ihr auch hier, ebenfalls verkantet und verdreht ist. Wenn ich versuche, meine Hand jetzt hier reinzudrehen, damit ich eben den richtigen Griff bekomme, dass ich die Waffe genau hier mittig dazwischen habe, wie ich es eigentlich brauche, das tut schon weh. Das sage ich ganz ehrlich, das tut mir hier oben in diesem Bereich schon durchaus weh. Das heißt, im schlechtesten Fall ziehe ich die Waffe und ich bin nicht richtig an der Waffe dran und drücke meine Schüsse gegebenenfalls nach links oder je nachdem, wie die Waffe liegt, nach rechts weg. Das ist ein Problem. Wir können das ganze Spiel aber verändern, indem wir einfach die Denkweise ein bisschen verändern und ein bisschen logisch an das Thema rangehen. Ich möchte mal ganz kurz Holster wechseln. Ganz kleinen Moment. So, ich habe jetzt mal das Zytag Fastraw Holster genommen. Ihr seht gleich auf Anhieb, dieses Holster besitzt keine interne Holstersicherung. Kein Druckknopf, den ich betätigen muss, um die Waffe im Holze zu entriegeln. Wozu auch? Ich bin beim Sport. Da geht es nicht darum, die Waffe gegebenenfalls vor Fremdentnahme zu schützen. Ja, also wie gesagt, ich bin hier nicht tactical unterwegs. Hier geht es um Effizienz, um Geschwindigkeit. Wie kriege ich die Waffe so schnell wie möglich, um innerhalb meiner vorgegebenen Zeit zu bleiben, aus dem Holster raus, in den Anschlag und kann die ersten Schüsse platzieren. So, ihr seht jetzt hier, dass ich die Waffe mit dem Griff in etwa auf Beckenknochenhöhe sitzen habe. Man muss jetzt immer gucken, was gibt denn und was erlaubt denn die jeweilige Sportordnung. Da gibt es auch Unterschiede. Bei uns im BDMP heißt es, die Waffe darf nicht mehr als eine Handbreit unterhalb des Beckenknochens positioniert sein. So, ich bin hier genau mit dem Griff am Beckenknochen. So, und ihr seht auch gleich, dass ich meinen Ellbogen nicht mehr so verkantet nach außen habe, weil ich auch nicht so weit hier oben sitze, sondern ich sitze schon mit der Hand wesentlich tiefer, um die Waffe zu greifen. Mein Ellbogen ist nach hinten gerichtet. Was bedeutet, ich habe eine wesentlich geradlinigere Bewegung beim Ziehen der Waffe. Und das macht es wesentlich effizienter, die Waffe zu ziehen. Und durch die tiefere Position kriege ich meine Hand wesentlich besser genau dorthin, wo ich es haben will. Nämlich genau mittig zwischen Daumen und Zeigefinger. Das bedeutet, ich nenne sie gerne Low-Ride-Holster, weil sie eben tiefer positioniert sind. Und diese Variante des Holsters oder der Position ist auch die Position, die im Regelfall bei den sogenannten Speed-Holstern, IPSC-Holstern verwendet wird. Dieses futuristisch wirkenden Holster, wo die Waffen nur hier unten am Abzugsbügel zum Beispiel gehalten werden. Double Alpha, Alpha X und Co. Da werden die Waffen auch sehr, sehr niedrig positioniert, in einen Winkel gestellt, dass ich eben zum Teil nur noch diese Bewegung machen muss. Aber hier drüber funktioniert das sehr gut und sehr schnell. Es ist eine intuitiv schnelle Bewegung. Je nach Verband gibt es noch eine dritte Variante, wie man das ganze Thema machen kann. Bei uns im BDNP ist diese Variante nicht zulässig. Ich will es euch kurz zeigen. So, ob ihr das jetzt tatsächlich sehen könnt, ich weiß nicht, ob die Kamera weit genug weg ist. Aber das hier wäre jetzt zum Beispiel ein taktisches Oberschenkelholster. So wie sie heutzutage gerne von Spezialeinheiten, Militärs, Polizei, was auch immer verwendet wird. Ich bin der Meinung, bin mir aber nicht 100% sicher. Es gibt zum Beispiel in der DSU eine Disziplin, wo diese Dinger tatsächlich erlaubt sind. Bei uns im BDNP ist sie laut Sportordnung nicht erlaubt. Es dürfen keine Riemen hier dran sein. Die Waffe ist auch mehr als eine Handbreit unterhalb des Beckenknochens. Aber man sieht hier dran sehr schön, dass ich jetzt hier, ungeachtet der Entfernung weg, der Waffe zur Plattform. Ich habe hier die Möglichkeit, die Waffe sehr geradlinig zu ziehen, weil ich meinen Ellbogen in keinster Weise verkanten muss. Es ist eine sehr natürliche Bewegung. Meine Hand liegt sowieso, wenn ich mir normal laufe, genau hier unten. Das heißt, ich kann sehr schnell, sehr effizient die Waffe ziehen. Somit kann ich jedem nur wärmstens ans Herz legen. Wenn ihr Disziplin, wie bei uns im BDNP, EPP schießt, wo es auf Geschwindigkeit ankommt, gerade bei der Station 1, 15 Sekunden auf Kommando, die unterladene Waffe ziehen, durchladen, 5 Schoß raus, schnelle Magazinwechsel und weitere 5 Schoß raus. Da sind solche Holster, die hier oben positioniert sind, wie anfangs gezeigt, suboptimal unterwegs. Ich sage nicht, dass sie schlecht sind, ich sage, sie sind suboptimal. Ihr könnt durch eine optimierte Holsterposition noch das letzte Quäntchen Millisekunde aus dem Ding rausholen, um tatsächlich vernünftig zu treffen. Deshalb hört mal bitte auf mit diesem Design vor Funktion. Tactical hat auf dem Schießstand in meiner Meinung nichts zu suchen. Wir sprechen hier über den Sport, nicht über Taktik, über Militär, über Polizei, was auch immer, sondern Sport. Und Sport unterliegt anderen Regeln und Maßnahmen als das Defensivschießen.